Willkommen zurück bei D2D. Eine der coolsten Neuerungen in der Galway Software ist für mich das Morphing von den Kauflächen. Automatische Zahnplatzierung hat außerdem auch einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Zusammen können wir uns das ja gerne mal anschauen. Ihr kennt alle das Dilemma. Ihr habt eine wunderschöne Kaufläche und Krone designt. Ihr geht in die Autofunktion, wollt das Ganze im Gegenbiss beschneiden. Was kommt dabei raus? Keine Kaufläche mehr erkennbar. Wie minimieren wir das? Bisher in der Plovdiv haben wir das Ganze so gehandhabt, dass wir den Artikulator in seinen Bewegungen eingeschränkt haben, wodurch quasi die Einschliffbewegungen einfach minimaler ausgefallen sind. Also die tatsächlichen Manipulationen an der Krone marginaler waren. Wir haben jetzt eine neue Funktion. Und zwar können wir das Ganze in der neuen Galway Situation einfach per Schiebregler steuern. Das heißt, wir können den oberen Anteil der Krone komplett beeinflussen, ohne den Rest in irgendeiner Weise zu verziehen. Wir schieben den Schieberegler entweder ganz auf Gebirge oder auf plattes Land. Alles dazwischen ist natürlich auch drin und ihr könnt wählen, wie eure Krone entsprechend des Restzahngebisses halt aussehen soll. Gefällt euch, was ihr seht? Lasst uns doch einfach ein Like da. Das Interessante ist, dass dieses Feature mit jedweder Bibliothek funktioniert. Das heißt, ihr seid nicht, wie früher zum Beispiel beim Cutback, reduziert auf nur ein oder zwei Bibliotheken, die das Ganze unterstützt haben. Sondern ihr könnt hier wirklich jede Bibliothek nutzen, flacher gestalten in der Kaufläche und auch jede Bibliothek zu den Alpen machen, wenn ihr das möchtet. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass das Feature relativ versteckt liegt. Auch die Folgefeatures, die mit dem Ganzen verbunden sind, sind hier nicht ganz eindeutig beschrieben. Ihr habt drei verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt zunächst einmal den Antagonisten mit einbeziehen in das Ganze. Das heißt, ihr könnt sogar gegenüberliegende Versorgungen gleichzeitig in der Kauflächenausformung bestimmen. Und ihr habt die Möglichkeit, dabei sogar noch die Mindeststärke zu erhalten oder aber den Antagonisten, der fixiert ist, so zu berücksichtigen, dass er in allen Bewegungsbahnen direkt eingeschliffen wird. Das heißt, ihr könnt die Kaufläche und den Zahn auch noch verschieben und in dem Zuge direkt den Antagonisten mit berücksichtigen. In der Gestaltung der Kaufläche. Ihr könnt euch vorstellen, im Bereich Zahn-zu-Zweizahn-Beziehung oder auch Zahn-zu-Zahn-Beziehung oder zum Beispiel im Bereich des Kreuzbisses ist das Ganze extrem hilfreich, weil ihr halt dann direkt sehen könnt, wie wird meine finale Krone eigentlich aussehen. Das wird in Echtzeit berechnet und hat dementsprechend auch direkten Impact auf das, was ihr seht. Ich bin mir sicher, viele von euch haben sich schon an die alten Tools gewöhnt, genauso wie ich das auch habe. Aber es kann nie schaden, etwas auszuprobieren. Bei uns hat sich das Ganze schon bewährt. Wir haben Galway getestet und die Arbeitsabläufe sind dadurch flüssiger geworden. Ich kann früher einschätzen, ob eine Versorgung so funktioniert, wie sie soll und ich kann mir auch direkt anzeigen lassen, wie die Kaufläche aussieht. Das ist ein hervorragendes Feature. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.